Die Sicherheit zu Familien oder die Ehre. Aber auch, wie diese Tatsache nicht dabei gewesen wäre, hätten die Scheine der Tänke genauer zu niemals ein Auge zugetan. Und so verbrachte der eine sich auf dem Gebet die andere in seinen eigenen Gedanken, obwohl sie vielleicht besser hätten schlafen sollen. Und so, wie diese Tatsache ist, ist die Tatsache der Tatsache der Tatsache der Tatsache der Tatsache der Tatsache. Die Tatsache der 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 Tats Schau, bei Gott, es gefällt mir. Seidens abgemacht. Gut, freut mich. Frankfurt! Frankfurt! Und? Das ist mein Aufklär. Ich hab ihn heute noch mit dir selbst. Kein Kraft, wenn du mitkommst. Bei all diesen Kölzer mag ich einfach nicht trauen. Das Silbermüll ist das Einzige, was sich frisiert. Wer ferscht? Du brauchst mir ein Schicht. Na, zusammen. Wir müssen die Scheide nicht gut wieder machen. Das ist mein Redner her. Herr Römer. Wir müssen mit dem Bruder. Wie sind die Störzen? Du kommst mir durch. Wir müssen mit dem Bruder werfen. Wir müssen mit dem Bruder ein Kochen. Wir müssen mit dem Trilde vom Bruder enthalten. Wir müssen mit dem Bruder ein bisschen drüben fahren. Das ist das Futter. Die Störzen der Bruder ist der Bruder. Wir müssen diese Bruder haben. Wir müssen mit dem Trilde wenigstens. Wir müssen den Bruder haben. Wir müssen mit einem Bruder ein Böger. Der Kaiser hat für eure Seele gezahlt! Der Kaiser ist der nächste Schommenspiel! Mit dem Friedenau! Das ist doch nur der Pfund! Der Kaiser ist der Pfund! Der Kaiser ist der Pfund! Der Kaiser ist der Pfund! Gegenüber! Weg! Ich wollte das Schwertwohn trinken. Du kannst aber zwei überweisen. Wenn ich dort Gäste habe, dann kommt der Knie in die Paarabie. Wenn wir ein Tüter nennen, dann kommt das an. Wenn wir das zusammenbrust. Wenn wir das in die Hände haben, machen wir das Ganze direkt vor. Wenn wir das zusammenbrust, was wir heute noch bieten. Was macht ihr da? Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Äh? Ready! Ah! Hey! Hey! Geh! Wie macht es mich? In Alaska! Ach! 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 Halt euch! Nein! Mein Deutsch! An eurer Kehle! Ach! 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 Ach!